Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir sind jetzt hier in der Nordruin stehen. Wir gehen auch gerade direkt wieder hin. Wir müssen die Monster hier vertreiben. Mal wie man... Oh... Autsch... Die machen bösen Schaden. Wollen wir... Oh, hat der jetzt 386 hier hingezogen? Wenn ja, dann war es genau die Hälfte. U-Fall oder... Standard. Hm. Naja, egal. Jetzt zerfetzen wir die erstmal. MP-Sauger, ja. Aber wir müssen nur mal dafür sorgen, dass die weg sind. Ach scheiße, und jetzt geben wir auch noch der falschen Person. Egal. Da, da, und hier kriegt ein Mather-Wirbel, falls ihr noch wirklich lebens aufnimmt. Was ich aber nicht glaube. MP-Sauger. Und Kroll. Aber damit kriegst du uns nicht. Ja. Dann nehmen wir uns noch die Kiste hier mit. Ein Hyper-Ether. Was genau ist denn eigentlich das Hyper... Füllt MP auf, ja. Ja, bei einem. Ich dachte, das wär für die ganze Gruppe. Dann wär's immer gewesen. Aber für einen... Naja... Ganz nett. Aber... Auch nicht weiter. Schwierig. Ach... Jo, du, 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 du bist der Heim in deutsche. Sehr gut. Ich dachte, du, du, du bist oder du bist der Heim in Deutschland. ganz viel DxP nur für die zwei und jetzt machen wir es noch so, Eta und Chili weil ich jetzt nicht weiß, ob wir hier jetzt noch welche bekämpfen müssen jetzt hier auf der Seite noch welche oh ich habe sogar noch ziemlich viel Was? Die leben? Wie, bitte schön, wie? Okay, die Viecher halten ziemlich viel aus und Florsi erreicht eine Stufe. Okay, jetzt machen wir doch mal einen Äther voll. Oh, okay, ich dachte gerade, das wäre nur einer, aber wenn es so viele Rinder machen will... Komm, äh, ah, eh, ah, eh, zacken, Frau, du Junge! Ähh, äh, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Wupp, 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 wupp! Alle neugeltlich gemacht! Hiihihihihi! Und, die haben wir dann auch schon mal weg. Dann nehmen wir hier die oben auseinander, kommen auch, ja, zwei auch wieder dazu, gut. Ja, das tut hoffentlich weh. Ja, das tut hoffentlich. Ja, du willst die Rathruinen repariert kriegen? Ja, kostet 2000. Auf geht's, ihr vollen Säcke. Ja, auf, verpiss dich und reparieren. Und wir singen weiter. Bang, bang, bangity bang.